Hallo und herzlich willkommen bei der Funtime Arena. Mein Name ist Ben und heute geht es in der Funtime News Ausgabe um das Turbeland, das heute detaillierte Infos zur Erweiterung 2018 inklusive zwei neuen Attraktionen veröffentlicht hat. Ja, was alles Neues, Informatives uns erwartet, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also ich warte dann schon mal. Bis gleich! So, da bin ich wieder zurück. Hat ja gar nicht so lange gedauert, oder? Also heute geht es ums Turbeland und um die Erweiterung. Wie gesagt, heute wurden detaillierte Infos nicht nur zu den Rides, sondern auch zu dem neuen Themengebiet rausgehauen, die besprechen werden sollten. Wie man vielleicht weiß, das Turbeland hat die Informationen ja schon länger rausgehauen. Das Turbeland nimmt 30 Millionen Euro in die Hand, um eine Erweiterung zu finanzieren und zu bauen. Knapp 7 Hektar wird diese Erweiterung groß sein. Neben einem neuen Eingang sind zwei neue Attraktionen dabei und das Ganze gepaart in einem neuen Themenbereich. Ja, und mehr war da eigentlich nicht bisher bekannt, außer dass es bei diesen zwei Attraktionen um ein Achterbein, ein Windcoaster und um eine Bötchenfahrt geht. Windcoaster, wenn euch das jetzt nicht sagt, dann schaut mal vielleicht auch in das Video vom Heidepark bei uns auf der Seite, denn da sind wir schon ein Windcoaster gefahren. Und zwar steht so einer, wie gesagt, im Heidepark mit dem Namen Flug der Dämonen. Und ja, von diesem Achterbeintyp gibt es in Europa jetzt nicht so viele. Deswegen ist der Windcoaster, der jetzt im Turbeland gebaut wird, auch der erste in den Benelux-Ländern. Ja, wir kommen jetzt erstmal nicht nur zu den Attraktionen, sondern zu den ganzen Informationen, die der Park heute rausgehauen hat. Sind wirklich sehr, sehr viele. Wir fangen erstmal an mit dem neuen Themenbereich. Der Themenbereich hatte bis dato noch keinen Namen. Das ändert sich aber heute. Wir wussten nicht, was für eine Geschichte steckt dahinter, wo spielt das Ganze. Der Name der Themenwelt heißt Avalon und Avalon ist, ja, dort ist der Zauberer Merlin beheimatet. Also ganz im Namen des Tovers, ja, Tover heißt ja Zauber auf Deutsch, bleibt man sich dem Namen treu und, ja, baut jetzt im Namen von Merlin. Ja, also jetzt nicht der Gruppe, sondern dem Zauberer. Und ja, also da gibt es jetzt auch schon die ersten Renderings und das sieht wirklich cool aus. Ich blende euch die jetzt hier immer mal ein, während dessen ich hier rede. Und zwar sieht man wirklich sehr viel Grün, ja, viele Bäume. Also es ist, ja, hat schon sowas von einem magischen Wald, würde ich schon sagen. Die Stelle, wo das Ganze gebaut wird, ist ja, ja, ein See. Der wurde jetzt ausgetrocknet oder ausgepumpt und da wird jetzt gebaut. Momentan sieht man noch nicht so viel von den Bauarbeiten und das Jahr 2017 neigt sich ja schon so langsam dem Ende. Wir haben ja jetzt schon Herbst. Deswegen ist schon sehr sportlich, dass nächstes Jahr dieser komplette Bereich mit zwei neuen Attraktionen aufmacht. Deswegen mal gucken, aber ich bin da vom Mut ist, dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Ja, neben den zwei Attraktionen wird es in diesem Bereich, in Avalon, auch ein neues Restaurant geben. Und der Name des Restaurants heißt The Flaming Fisa. Und da kommt man auf 130 Plätze im Inneren dieses Restaurants. Und auf einer Außenterrasse gibt es dann nochmal zusätzlich 300 Sitzplätze. Was gibt es dort? Fleischgerichte, Mittagessen und was besonders ist, Getränke wird dort in Krügen und Karaffen serviert. Passt auch alles so ein bisschen, wenn man sich das mal anschaut, diese ganzen Renderings davon. Ja, es hat schon so ein bisschen was von Mittelalter. Es hat aber auch ein bisschen was von Herr der Ringe. Wenn man sich das Ganze mal von draußen anschaut, ja, dann hat das schon so ein bisschen was von einer Hobbit-Höhle. Mit den runden Scheiben und den Eingängen und so. Aber nichts Schlechtes. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, das wird aber nicht nur ein einfaches Restaurant. Ich würde mal schätzen, dass es sogar ein Event-Restaurant wird. Denn man wird da noch ein bisschen mehr entdecken, außer die Sachen, die auf der Speisekarte stehen. Denn man gibt die Informationen weiter, dass an der Decke sich geheimnisvolle Sternenbilder verbergen. Also denke ich mal, dass es auch so ein bisschen in Richtung Äfteling geht. Vielleicht kennt ihr das Pfannenkuchenhaus, wo hier und da überall ein bisschen was passiert. Und auch wirklich gut mit Thematisierung gearbeitet wird. Sowas stelle ich mir dort auch vor. Und ja, es ist ein magischer Ort, sagt man. Und mit vielen mysteriösen Geheimnissen. So wird es, ja, beworben. Und man hat auch noch ein bisschen, ja, nicht nur daran gedacht, ein neues Restaurant dort zu etablieren. Sondern auch für Unternehmen und Gesellschaften dort einen neuen Platz zu finden. Denn das Restaurant kann man auch für irgendwelche Anlässe oder Firmenfeiern auf jeden Fall dort mieten. Und es wird das erste Restaurant sein, wo es keine Selbstbedienung gibt. Sondern wo man bedient wird. Ja, soviel erstmal zum Restaurant. Also für Speise und Trank und für das Wohl der Gäste wird dann auch im neuen Bereich Avalon gesorgt werden. Jetzt kommen wir aber mal wirklich zu den Attraktionen. Und ja, erstmal zu der Hauptattraktion würde ich mal fast sagen. Dem Wing Coaster. Denn der hatte nämlich auch bisher noch keinen richtigen Namen. Das hat sich jetzt aber auch geändert. Der Wing Coaster hört jetzt auf den Namen, ja, Phoenix. Also auf Deutsch Phoenix, ja. Und wie gesagt, es ist der erste Coaster dieser Art, der Art Wing Coaster, in den Benelux-Ländern. Und außerdem wurden weitere Informationen veröffentlicht zu dieser Achterbahn. Der Hersteller, wie soll es auch anders sein, ist B&M. Typ, wie gesagt, Wing Coaster. Die Höhe der Achterbahn beträgt 40 Meter. Die Länge wird angegeben mit 813 Meter. Und 813 Meter, damit ist diese Achterbahn länger als Flug der Dämonen im Heidepark. Denn der Flug der Dämonen hat nur 772 Meter. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 95 Meter. Da ist, ja, die Achterbahn 5 kmh langsamer als Flug der Dämonen, wenn man dann halt das glaubt, was man so im Internet findet. Und, ja, als nächstes wurde angegeben, ja, eine Anzahl, da weiß ich nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Und zwar, ähm, die Anzahl der Manöver. Was ist mit Manöver gemeint? Ich denke mal, dass die Inversionen damit gemeint sind. Wenn man sich hier mal auch die Renderings anguckt, gibt es ja ein schönes Bild von oben. Die Sicht, ähm, auf das ganze Streckenlayout. Dann könnte man davon sprechen, dass vielleicht Inversionen damit gemeint sind. Ähm, ja, ich habe jetzt mal geschaut, auch auf dieses Bild und habe mir mal so ein paar Elemente, die ich erkannt habe, mal rausgeschrieben. Und ich sehe dort ein Immelmann, eine Hardline-Roll, ein Dive-Loop, ein Helix oder eine Helix und ein Camelback. Also, das sind die Sachen, die man dort schon mal so sehen kann und auf die man sich freuen kann. Ähm, die Fahrzeit von dieser Achterbahn beträgt zwei Minuten. Und, ähm, ja, die Achterbahn besitzt zwei Züge. Und, ähm, jeder Zug hat jeweils sechs Coaches. Das sind halt einfach die einzelnen Wagen. Ähm, wenn ihr das kennt, zum Beispiel aus dem, ähm, Heidepark, dann ist es ja so, dass jeder Wagen vier Sitze hat. Zwei auf der linken, zwei auf der rechten Seite. Und, ähm, ja, so kommt man auf eine Sitzplatzkapazität pro Zug von 24 Sitzplätzen. Und eine Kapazität wurde angegeben oder wurde ausgerechnet von ca. 1000 Personen pro Stunde. Und, ähm, ja, alle dürfen mitfahren, die größer sind oder gleich groß sind als 1,40 Meter. Also, 1,40 Meter muss man groß sein, um damit mitfahren zu können nächstes Jahr. Ja, und, ja, wenn ihr euch diese Renderings hier anseht, dann, ähm, kann man sich da wirklich auf was super Schönes freuen. Besonders, äh, der Zug gefällt mir sehr gut, auch mit diesem Phönix oder Phoenix. Ähm, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ansehnlich aus. Ähm, dazu gibt es auch übrigens schon ein kleines Teaser-Video. Es gibt, glaube ich, drei oder vier, äh, Teaser-Videos. Die sind unten nochmal verlinkt. Ähm, da hört man auch schon schöne Musik. Und wenn man, ähm, ja, Fan von, äh, von E-Maskor ist, dann würde man auch direkt schätzen, dass diese Musik von E-Maskor kommt. Weil das Tovaland auch schon in der Vergangenheit mit E-Maskor gearbeitet hat. Ähm, und, ja, man, diese Klänge, also es hört sich verdammt nach E-Maskor an. Und, ähm, wer jetzt nicht weiß, wer E-Maskor ist, die sind zum Beispiel verantwortlich auch für den, äh, Soundtrack von Chiapas im Phantasialand und von Klugheim. Oder auch, äh, der neue Soundtrack von, ähm, Star Trek Operation Enterprise im Moviepark. Ja, und nicht nur die Achterbahnen an sich, äh, oder die Wagen werden thematisiert, sondern natürlich auch die Queue-Line. Das gehört, gehört heutzutage natürlich dazu. Und, ähm, ja, da hat man sich auch, glaube ich, wirklich was einfallen lassen. Dass es nicht nur eine normale Queue-Line ist, wo man einsteht und wartet, bis man endlich drankommt. Sondern, ähm, ja, es wird mehr sein. Ähm, es wird angegeben, dass, äh, man eine, an, oder einem eine angenehme Überraschung erwartet, ähm, in, ähm, The Room of Resurrection. Keine Ahnung, was das heißt. Hätte ich vielleicht mal googeln sollen. Ähm, ja, sonst schreibt es mal unten in die Kommentare. Außerdem würde man dort durch mysteriöse unterirdische Gänge spazieren und, äh, ja, an den Ruinen von Avalon vorbeigehen und der Domäne von Merlin. Was jetzt auch immer Domäne in diesem Zusammenhang heißt. Ähm, ja, und man sollte auf jeden Fall Acht haben vor den dunklen Kerkern, ja, äh, die voller Geheimnisse lauern. Und, ähm, ja, da wird ausdrücklich vor gewarnt. Also, aufpassen, ja, wenn er nächstes Jahr damit fährt. Ähm, ja. Ja, außerdem beschreibt man, beschreibt man auch noch ein bisschen den allmächtigen, äh, Phoenix, ja. Er hat sich in dieses prachtvolle Geschöpf verwandelt und erlebt seinen ersten Flug unterwegs zum nächsten Ziel. Dieses, dieser mysteriöse, dieser mysteriöse, dieser mysteriöse, jetzt haben wir es aber gleich. Dieser mysteriöse, misst, 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 dieser mystische Vogel verbrennt alle 777 Jahre. Er wacht danach auf verwunderliche Art und Weise wieder zum Leben. Und, ähm, er steht aus der Asche auf. Das zum Thema der Achterbahn. Also, wir können uns auf jeden Fall auf sehr viel schöne neue Gestaltung freuen. Und auf eine hoffentlich sehr, sehr coole Achterbahn. Aber da, äh, traue ich dem Torvaland sehr, sehr viel zu. Ja, aber das ist nicht nur die einzige Neuheit, die das Torvaland 2018 für die Besucher bietet. Sondern auch eine weitere Attraktion wird den Park im nächsten Jahr bereichern. Und zwar, ähm, ja, wird es ein Boat Ride geben. Also, eine Bötchenfahrt, ja. Und zwar wird diese Fahrt, äh, von Mug Ride sein. Und auch die, diese, äh, diese Fahrt oder beziehungsweise diese Attraktion hat jetzt einen Namen. Und zwar, äh, Merlins Quest, ja. Und, ja, wenn man diese Renderings ansieht und wenn man auch diese Texte gelesen hat, dann, ähm, ist einem klar, dass es nicht nur eine ganz einfache Bötchenfahrt über einen See ist. Sondern, dass einen da viel mehr erwartet. Und zwar ein Dark Ride Part, ja. Und da freuen wir uns alle drauf. Also, ich auf jeden Fall, ich bin großer Dark Ride Fan. Und, ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall, äh, das eine oder andere Ründchen immer wieder mitdrehen, glaube ich. Weil die Renderings alleine an sich schon mega gut aussehen. Kommen wir erstmal ein paar, äh, zu ein paar Fakten. Und zwar, ähm, die Länge der Bahn, beziehungsweise das, das Wiles, beläuft sich auf 430 Meter. Es gibt 14 Boote. In einem Boot können 16 Leute Platz nehmen. Und die Fahrzeit, ja, da kommt man auf beachtliche 12 Minuten. Also, ich finde das schon sehr, sehr lang. Und, äh, ja, eine Kapazität wird dort erreicht mit 950 Leuten oder Personen pro Stunde. Was jetzt auch nicht, äh, so wenig ist, wie ich finde. Und, ja, diese Boote, ähm, die schlängeln sich jetzt nicht nur, da, die, ähm, wie ihr da seht, auch auf den Renderings, ähm, den, dem Kanal entlang, ja, oder dem Fluss entlang. Sondern, ähm, kreuzen auch die neue Achterbahn Phoenix. Also, da kann man auch, wenn man nach oben guckt, auch vielleicht mal hier und da die einen oder anderen Leute vorbei, ähm, huschen sehen. Auch ganz cool. Äh, ja, und außerdem, wie gesagt, beinhaltet das Ganze einen Darkride-Part. Im Infotext steht, der Gatekeeper weiht den Besuchern den Weg. Bei der Fahrt begibt man sich auf der Suche nach, jetzt muss ich es ablesen, wirklich, Tiernanog. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen wird. Es tut mir leid, wenn es jetzt falsch ist, äh, mit dem Apostrophe und weiß ich, was da oben sagt. Also, Tiernanog, ja, ähm, falls keiner, einer aber nicht weiß, was es ist, ja, es ist die Quelle des ewigen Lebens. Wussten wir doch alle. Ähm, ähm, es kursieren halt dort Gerüchte, dass Merlin diesen Ort mit einigen Augen gesehen hat und dadurch, äh, ewiges Leben erhalten hat. Und da, ähm, geht dann halt die Reise hin. Diese, diesen Ort sollen wir entdecken. Und wenn wir den entdeckt haben, dann wollen wir uns wie neu geboren fühlen. Also, da bin ich auf jeden Fall, äh, schon mal gespannt, weil ich hab hier auch das eine oder andere Fältchen schon, äh, ich glaub, es wird auch dringend Zeit, das Toverland, ähm, ja, den Ride halt baut. Ähm, das Stationsgebäude wird natürlich auch mega thematisiert. Ähm, laut den Informationen versteckt sich das in, äh, dem imposanten Gewässer von Avalon in dem Hügelland in einer grünen Oase. Das sieht man halt auch schon auf den Bildern. Ähm, hier befindet sich der Zugang zur magischen Welt. Wird weitergeschrieben. Aber nur diejenigen, die das magische Boot herbeirufen, die können dann auch den Eintritt, äh, gelangen, ja. Äh, was man halt auch noch sieht auf dem Rendering, das weiß ich jetzt nicht, ob das zum Dark Ride dazugehört oder ob es einfach jetzt irgendwo dort steht. Äh, wenn man an Merlin denkt, dann denkt man auch direkt an Excalibur. Das Schwert, äh, wird es dort auch geben. Ähm, aber, ja, es wurde, das soll man ja auch nochmal sagen, das steht nämlich auch nochmal hier, äh, äh, aus den Flügeln des, äh, der Federn des Phoenix, ja, geschmiedet. Und, ähm, ja, ist in der Welt von Avalon zu finden. Ähm, jetzt ist die Frage, wie gesagt, ist das Part noch vom Dark Ride oder von dieser Bütchenfahrt oder, ähm, ähm, man kennt es aus dem Dissident zum Beispiel im Phantasialand, äh, im Dissident im Phantasialand, ja. Im Dissident in Paris, ähm, da kann man ja auch dieses Schwert rausziehen, wenn man dann halt stark genug ist. Oder ansonsten bleibt es halt in diesem Stein stecken. Ähm, ja, da wird man sich auf jeden Fall auch auf was Schönes freuen dürfen. So, ja, ähm, das war es erstmal zu diesen Informationen. Jetzt ist es nochmal an euch. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen zu den ganzen Informationen, zu diesen Renderings, die ich euch hier gezeigt habe. Zu dem ganzen Bereich, ähm, würdet ihr sagen, das Tovaland geht den richtigen Weg? Also, die Thematisierung gefällt dir euch? Hättet ihr euch vielleicht eine neue Thematisierung, ein anderes Thema gewünscht, ja, für diesen, äh, für das neue Gelände? Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und, äh, würde auch nochmal gerne wissen von euch, ähm, was ihr zur Auswahl der Attraktionen sagt. Ähm, die Bötchenfahrt, ja, und den Winkcoaster. Hättet ihr euch vielleicht einen anderen Coaster gewünscht? Ich meine, es ist ja jetzt schon eine Zeit lang draußen, dass es so ein Coaster wird. Aber vielleicht hättet ihr euch für den Park auch was anderes gewünscht. Ich bin auf jeden Fall damit zufrieden und, äh, hoffe, dass das Tovaland, ähm, ja, da was richtig Schönes hinzaubert. Ich bin halt persönlich, ähm, von, vom Heidepark Flug der Wilmon. Es ist eine nette Bahn, aber erstens, sie ist zu kurz. Und zweitens, ähm, ich finde, da kommt, auch wenn man mit, äh, 100 kmh da durchheizt, äh, ich finde, die einzelnen Kurven sind, durchfährt man ein bisschen zu langsam. Also, ich hoffe mir da ein bisschen mehr. Ähm, aber, ja, das ist auch nur meine Meinung, keine Ahnung. Ähm, vielleicht seht ihr das anders. Schreibt es auf jeden Fall mal unten fleißig in die Kommentare. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Des Weiteren, ähm, ja, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir ja momentan in einem Video, das hier auch nochmal verlinkt ist, äh, ja, gerade nochmal euch fragen, ähm, zu dem Golden Ticket Award von Amusement Today. Okay, ob ihr wirklich auch, ja, d'accord seid, dass der Europapark wieder zum vierten, vierten Mal, äh, Freizeitpark des Jahres, oder der beste Freizeitpark der Welt, ja, des Jahres gekürt worden ist. Äh, da gibt es auch ein längeres Video, ähm, das ist nochmal hier eingeblendet. Und, ähm, ja, da würde ich mich auch nochmal freuen, wenn ich eure Meinung höre, denn in ein paar Wochen gibt es dazu ein weiteres Video, wo eure Antworten, ähm, dann präsentiert werden. So, da sind wir schon fast fertig. Eins sei nämlich noch gesagt, schaut nämlich nochmal bei Facebook, nämlich die Phantom Arena hat nämlich gestern einen sehr, sehr komischen Post, äh, auf der Phantom Arena Facebook-Seite veröffentlicht, ja. Äh, äh, viele haben schon gefragt, ob wir irgendwie Alkohol getrunken haben, ob wir irgendwie besoffen sind, oder was auch immer. Ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie sind wir da verrückt geworden, warum dieser, äh, Text, ja, das sind zwei, zwei, ähm, Sätze, warum diese zwei Sätze jetzt auf dieser Facebook-Seite von uns da veröffentlicht worden sind. Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr euch da einen Reim draus machen, ansonsten gibt es bald die Informationen dazu, ähm, ja, bei Facebook und bei Instagram. Äh, bald ist es nämlich soweit. Und, ja, damit entlasse ich euch, denkt an die Kommentare, lasst einen Daumen da, das würde mich auf jeden Fall enorm freuen, und die Biene auch, die in den News-Filos natürlich nicht vorkommt, aber sie ist da, versprochen. Und, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, abonnieren, Like da lassen und kommentieren und wir sehen uns in einem anderen Video hier bei der Phantom Arena. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.